Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel wichtige Ereignisse und Jahreszahlen beim Thema Mittelalter. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Dauer wichtiger Epochen vor, während und nach dem Mittelalter. Die Epoche des Altertums dauerte von ca. 3000 v. Chr. bis ca. 500 n. Chr. Die Epoche des Mittelalters dauerte von ca. 500 n. Chr. bis ca. 1500 n. Chr. Die Epoche der Neuzeit dauerte ab ca. 1500 n. Chr. bis ca. vor 100 Jahren. Völkerwanderung und Untergang des Weströmischen Reiches Das Weströmische Reich war durch die Auseinandersetzungen der Völkerwanderung 4. bis 6. Jahrhundert so sehr geschwächt, dass noch im 5. Jahrhundert, im Jahr 476, der letzte Weströmische Kaiser Romulus Augustulus von germanischen Söldnern unter ihrem Führer Odoacer abgesetzt und in die Verbannung geschickt wurde. Damit endete das Weströmische Reich. Die Ausbreitung des Islam und die Rekonquista in Spanien Im 7. Jahrhundert entstand in Arabien durch das Wirken des Propheten Mohammed die Religion des Islam. Durch Missionierung, Handel und kriegerische Eroberungen konnten islamische Führer ihren Glauben und Machtbereich rasch erweitern. Das Vordringen des islamischen Herrschaftsbereichs nach Europa erfolgte über Spanien. Islamische Herrscher konnten sich bis ins 15. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Spanien halten, bis sie von dortigen christlichen Königreichen zurückgedrängt und endgültig besiegt wurden. Dieser Vorgang der Rückeroberung wird als Rekonquista bezeichnet. Das Frankenreich und das Entstehen des Heiligen Römischen Reichs Das germanische Volk der Franken konnte im 8. Jahrhundert in der Schlacht von Thur und Poitiers im Jahr 732 im heutigen Frankreich den Vormarsch der Araber aufhalten. Da der Herrscher der Franken, Karl der Große, aus der Familie der Karolinger, dem damaligen Papst unter anderem versprach, die katholische Kirche vor ihren Feinden wie zum Beispiel den Langobarden zu schützen, grönte dieser ihn am 25. Dezember des Jahres 800 in Rom zum ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der Papst ermahnte die Untertanen des Kaisers, seinen Befehlen zu gehorchen, da dies Gott von ihnen erwarten würde. Das so entstandene Heilige Römische Reich bestand über 1000 Jahre lang bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, bis zum Jahr 1806. Die Teilung des Frankenreiches Das Frankenreich wurde nach dem Tod Karl des Großen unter seinen Nachfolgern mehrmals geteilt. Im 9. Jahrhundert entstand schließlich ein Westfrankenreich und ein Ostfrankenreich. Aus dem Westfränkischen Reich entstand später das heutige Frankreich und dem Ostfrankenreich unter anderem das spätere Deutschland, Österreich und die Beneluxländer, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Vom Ostfrankenreich zum Heiligen Römischen Reich. Im 10. Jahrhundert kam es immer wieder zu kriegerischen Einfällen der Ungarn nach Mitteleuropa, welches damals zum Ostfränkischen Reich gehörte. Die Ungarn ermordeten dabei zahlreiche Menschen und verursachten große Schäden. Im 10. Jahrhundert, im Jahr 955, konnte der ostfränkische König Otto I. mit seiner Armee die Ungarn auf dem Lechfeld bei Augsburg, das ist die Schlachtbau auf dem Lechfeld, im heutigen Bayern besiegen. Durch diesen Sieg wurde Otto zu einem der mächtigsten Herrscher Europas. Das Ostfränkische Reich wurde dadurch zum Heiligen Römischen Reich und ab dem 11. Jahrhundert auch Königreich der Deutschen genannt. Österreich zur Zeit der Babenberger. Im 10. Jahrhundert bestand das Ostfrankenreich aus mehreren größeren Landesteilen, die unter anderem Tümer genannt wurden. Zum Herzogtum Bayern gehörte damals zum Beispiel unter anderem auch große Gebiete des heutigen Österreich. Im östlichen Teil des Herzogtums Bayern wurde eine sogenannte Markkraftschaft mit der Bezeichnung Marker Orientalisch, lateinisch östlicher Mark oder Ostmark, zur besseren Verteidigung des Heiligen Römischen Reichs, also des Ostfrankenreichs, gegen Völker wie die Ungarn errichtet. Diese im östlichen Teil des Herzogtums Bayern gelegene Markkraftschaft umfasste einen kleinen Teil des heutigen Bundeslandes Niederösterreich. Otto I. ernannte im 10. Jahrhundert, im Jahr 1976, Leopold I. aus der Familie der Babenberger zum ersten Markgrafen der Ostmark. Die Herrscherfamilie der Babenberger verwaltete dieses Gebiet vom 10. bis 13. Jahrhundert. Die Babenberger konnten bis zum 13. Jahrhundert durch unter anderem Erbschaften ihr Gebiet wesentlich erweitern, bis unter anderem große Gebiete des heutigen Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark in ihrem Besitz waren. Wien wurde schließlich die Hauptstadt ihres Gebietes. Die Entstehung der Bezeichnung Österreich. Die Bezeichnung Österreich wurde im 10. Jahrhundert, im Jahr 996, erstmals in der damals üblichen Schreibweise Osterrichi in einer Urkunde erwähnt, die heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt wird. Unter Osterrichi verstand man damals eine kleine Region des zum Ostfrankenreich gehörenden Herzogtum Bayern. Im heutigen Bundesland Niederösterreich und bedeutete übersetzt Reich im Osten. Die Gegend, die als Osteriche bezeichnet wurde, ist in der Umgebung um den Ort Neuhofen und Uyps im heutigen Niederösterreich zu finden. Die Entdeckung Amerikas durch die Wikinger. Um das Jahrtausend entdeckte der Wikinger Leif Erikson von Europa aus kommend mit seiner Schiffsmannschaft erstmals Amerika. Die Kreuzüge. Wie stark der Einfluss der katholischen Kirche auf die Menschen des Mittelalters war, zeigt die Tatsache, dass ihr Oberhaupt, der Papst, um 1100, im Jahr 1095, die Menschen Europas dazu aufrufen konnte, an einem sogenannten Kreuzzug, also einem Krieg, teilzunehmen, um die Städte des Heiligen Landes, wie zum Beispiel Jerusalem, wieder von der islamischen Herrschaft zu befreien und seiner Aufforderung mehr als 50.000 Kämpfer folgten. Unter dem Heiligen Land verstand man im Mittelalter vor allem die Region Palästina mit Orten wie Jerusalem und Bethlehem, in denen Jesus gewirkt hatte. Den Kreuzfahrern gelang es im Mittelalter, zwar einige Städte wie Jerusalem und manche Gebiete in der dortigen Region zeitweilig zu obern, sie mussten diese aber später wieder am muslimische Herrscher abtreten. Das Privilegium Minus, Österreich wird ein Herzogtum. Der Kaiser, 55, mit dem Privilegium Minus, bedeutet übersetzt kleiner Freiheitsbrief, Österreich in ein eigenes Herzogtum, im Heiligen Römischen Reich, ein eigenständiger Staat innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Bis 1156 war Österreich ein Teil des Herzogtums Bayerns gewesen. Im 13. Jahrhundert, im Jahr 1246, endete mit dem Tod des letzten männlichen Babenbergers in einer Schlacht gegen die Ungarn die Herrschaft der Babenberger im heutigen Österreich. Der Anfang der Herrschaftszeit der Habsburger in Österreich. Nach dem Tod des letzten männlichen Babenbergers konnte der böhmische König Ottokar II. Przemysl in der Mitte des 13. Jahrhunderts, im Jahr 1246, die babenbergischen Länder für sich gewinnen und damit seinen eigenen Herrschaftsbereich vom Böhmen bis an das Mittelmeer stark erweitern. Der zum römisch-deutschen König gewählte Rudolf I. erweitern. Der zum römisch-deutschen König gewählte Rudolf I. aus der Familie der Habsburger konnte Ottokar II. von Böhmen in der Schlacht auf dem Machfeld im Jahr 1278 im heutigen Niederösterreich entscheidend besiegen und damit die ehemaligen Babenberger Besitzungen für die eigene Familie gewinnen. Die Herrscherfamilie der Habsburger regierte deshalb ab dem 13. Jahrhundert zunehmend größere Teile des heutigen Österreichs und seiner Nachbarländer. Die Herrschaftszeit der Habsburger endete in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1918. Und der Erste Weltkrieg dauerte ja von 1914 bis 1918. Das Privilegium Maios Ziele und Folgen einer Fälschung. Um die Zeit in seinen eigenen Ländern ausbauen zu können, ließ der Habsburger Rudolf IV. im 14. Jahrhundert eine Urkunde fälschen, die beweisen sollte, dass die Beherrscher Österreichs das Anrecht auf bestimmte Rechte hätten. Diese Urkunde wurde Privilegium Maios genannt. Privilegium Maios bedeutet übersetzt großer Freiheitsbrief. Sonderrechte, die im Privilegium Maios festgeschrieben werden sollten, waren unter anderem der Anspruch, die eigenen Besitzungen innerhalb der eigenen Familie vererben zu können, ohne dass der römisch-deutsche König dies hätte verhindern können. Rudolf IV. begründete mit dieser Fälschung auch sein angebliches Recht, nicht an den Kriegszügen des römisch-deutschen Königs teilnehmen zu müssen. Nachdem bekannt wurde, dass das Privilegium Maios eine Fälschung war, konnte Rudolf IV., der selbst nicht römisch-deutscher König war, seine Forderungen nach Sonderrechten nicht durchsetzen. Im 15. Jahrhundert bestätigte aber schließlich dennoch, der zum römisch-deutschen König gewählte Habsburger Friedrich III. den Anspruch seiner eigenen Familie und das Herzogtum Österreich wurde zu einem Erzherzogtum mit bestimmten Vorrechten gegenüber anderen Teilen des Heiligen Römischen Reichs. Das Privilegium Maios und die darin enthaltenen Rechte bildeten eine rechtliche Grundlage für das über Jahrhunderte hinweg stattfindende Zusammenwachsen der verschiedenen Länder der Habsburger zu einem eigenen, von anderen Staaten unabhängigen, eigenständigen Staat. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern Johannes Gutenberg druckte in der Mitte des 15. Jahrhunderts sein Hauptwerk, die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, mit sogenannten beweglichen Lettern, also auswechselbaren Schriftzeichen. Bereits im Mittelalter war ausgehend von Asien die Möglichkeit des Buchdrucks bekannt. Johannes Gutenberg gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks, da er erstmals mit beweglichen, mit hallenden Lettern, spiegelverkehrten, auswechselbaren Schriftzeichen und von ihm angefertigten Druckerpressen den Buchdruck wesentlich vereinfachte und verbilligte. Der Untergang Ostroms und die Ausbreitung des Osmanischen Reiches. Konstantinopel wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts n. Chr. 1453 durch die Osmanen, also die Türken, erobert. Es kam zum endgültigen Untergang des oströmischen, also byzantinischen Reiches. Damit konnten die Osmanen für mehrere Jahrhunderte große Teile Südosteuropas besetzen. Das Osmanische Reich wurde so mächtig, dass es im 16. Jahrhundert 1529 und im 17. Jahrhundert 1683 zweimal erfolglos die Hauptstadt der Habsburger, nämlich Wien, belagern konnte. Wiederentdeckung Amerikas zu Christoph Kolumbus Im Jahr 1492 wurde Amerika durch den Italiener Christoph Kolumbus im Auftrag Spaniens, also 500 Jahre nach den Wikingern, wiederentdeckt. Kolumbus glaubte bis zu seinem Lebensende den Weg nach Indien entdeckt zu haben und wusste nicht, dass er Amerika entdeckt hatte. Entdeckung des Seewegs nach Indien durch Vasco da Gama Der Portugiese Vasco da Gama entdeckte am Ende des 15. Jahrhunderts im Jahr 1498 als erster Europäer den Seeweg nach Indien. Vasco da Gama schaffte es mit seinem Schiff entlang der afrikanischen Küste, dessen Südspitze das sogenannte Kap der guten Hoffnung, zu umfahren und von dort aus nach Indien zu gelangen. Die Zeit der Renaissance Der Begriff der Renaissance kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt Wiedergeburt. Unter der Renaissance verstand man die Wiederentdeckung der antiken Kunst und Wissens der Griechen und Römer durch Künstler und Gelehrte bzw. Wissenschaftler in der Zeit des Übergangs vom Mittelalter in die Neuzeit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Das Gebiet des heutigen Österreich im Frühmittelalter.